Bill und Tom Cowlitz, Drama vor dem The Voice-Fenally. Sie wollen alles hinschmeißen. Bill und Tom Cowlitz sind am Boden zerstört. Nur ein Talent aus ihrem Team hat es ins Finale geschafft. Lag es an ihrer Dauerpräsenz? Heute steht endlich fest, wer The Voice of Germany ist. Doch der Weg zum Finale war vor allem für Bill und Tom Cowlitz steinig. Punkt Im Halbfinale traten sie mit den meisten Talenten an, doch nur Malou Lovis-Kreilkamm schaffte es in die nächste Runde. Eine riesige Enttäuschung für die Zwillinge. Tom Cowlitz macht sich Vorwürfe. Die Cowlitz-Dwins hatten einige Favoriten wie Joel Marc Cunha und Marc Altergott im Team. Doch sie bekamen alle nicht genügend Stimmen von den Zuschauern. Die Enttäuschung war natürlich trotzdem riesengroß, gibt Bill in ihrem Podcast Cowlitz Hills, Senf aus Hollywood zu. Er hat auch eine Idee, woran das gelegen haben könnte. Meinst du, das ist uns zum Verhängnis geworden? Dass die Leute gesagt haben, die Cowlitz-Brüder sind wieder überheblich mit fünf Leuten. Dann hat das Publikum zu Hause gedacht, ne, dann rufen wir nicht so viel an. Obwohl sie unsere Talente eigentlich ganz gut fanden. Tom hatte wegen der Entscheidung der Zuschauer sogar schlaflose Nächte. Ich versuche die ganze Zeit, Erklärungen zu finden und ich komme nicht drauf, sagt er enttäuscht. Ich war richtig geknickt. Ich wollte mich davon nicht beeinflussen lassen, aber es hat mir den Schlaf geraubt. Ich dachte echt, dass es an uns liegt. Ich hoffe, dass es nicht auf die Talente abfärbt. Er dachte sogar daran, sich wieder mehr aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Tom hat heute Morgen zu mir gesagt, wir machen vielleicht zu viel. Wir gehen den Leuten auf den Sack, erzählt sein Bruder. Kopf hoch, Jungs! Mit Malou stehen die beiden mit einer Top-Kandidatin im Finale. Am Ende kann es ja eh nur einen Gewinner geben.